. . . . . . . . . Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir sind drei! Wenn wir erstmal in Mexiko sind. Weimar! Weimar! Tequila! Tequila! Verdammt! Was ist los? Die Bullen sind hinter uns! Scheiße! Wie haben die uns gefunden? Ich weiß es nicht! Was machen wir jetzt? Wir müssen sie abschütteln! Okay! Die sind immer noch hinter uns! Okay! Ganz cool! Wir fahren ganz einfach und ruhig weiter! Vielleicht bleiben die gar nicht uns! Achtung! Achtung! Hier spricht die Polizei! USA 3! Stehen bleiben! Oder wir schießen! Die haben uns! Die haben uns! Die haben uns! Was? Du musst jetzt die Nerven behalten! Das war's! Es hat mich erwischt! Keine Sorge! Ich kenn da oben meinen Arzt! Der flickt dich wieder zusammen! Du hast ziemlich viel Blut verloren! Das sieht gar nicht gut aus! Pass auf! Hier! Trink das! Das wird dir gut tun! Lass mich hier zurück! Ich bin nur eine Last für mich! Nein! Du musst jetzt durchhalten! Nein! Gib Maria dieses Medallion! Und sage hier, ich habe sie immer geliebt! Vergiss es! Vergiss es! Du kannst es hier selber sagen! Wir schaffen es! Mein Vater hat einmal zu mir gesagt! Solltest du jemals in einem Sessellift von zwei Bullen verfolgt werden, ist doch alles für mal! Heute weiß ich, was er damit gemeint hat! Nein! Wir sind gleich da! Los! Mach dich bereit! Verdammt! Die haben uns reingelegt! Das ist eine Falle! Aaaaaahhhhhh!